Wir sind die moderne Fotografie der Kinder und Jugend unter der Leitung von Laura Moos. Sie tanzt schon seit fast zehn Jahren in Freiburg in einer Tanzschule. Wir sind sehr froh, dass sie im Seminar der Weißen hat Kenner und deshalb der Kinder ihn studiert hat. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.